2BROCK GIRLS Seit 2BROCK GIRLS wollte ich das schon immer machen. Sie sind süss oder auch salzig. Sie sehen super aus. Sie sind pink, grün oder auch blau. Ganz verschiedene Teige. Oben drauf hat es noch eine viel süssere Creme. Und das würde ich wirklich gerne können. Ich würde gerne Cupcakes machen können. Weil ich gerne backen und jetzt gerade dran bin, mit dem herauszufinden, was man alles machen kann. ARD Text im Auftrag von Funk